Am besten abzuhalten! Am besten abzuhalten! Dicke, Leibniz umsehen! Ja, komm! Wie ist das? Ja, wie auch immer der kann! Hast du heute mal wiederbekommen? Ja, Alter, vier! Du bist echt scheiße! Erstmal Basketball spielen oder so! Ja? Ja! Zu zweit? Ich hab keinen Ball mit! Das Ding ist errucken! Ah ja, mach mal! Lara! Ja, hey! Wo bist denn du? Ach, gerade hier in der Nähe ist ja krass! Hast du auch einen Ball dabei? Wow, warst du im Grunde! Ein Ball auch? Ja, ein Ball hat sie auch dabei! Ja, komm hier rüber! Hallo! Lust auf Basketball? Ja! Komm! Ich nehme ihn hier! Hey! 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 Ich habe dich überall gesucht! Wie geht's dir? Was ist denn? Was ist denn? Nichts. Okay, hast du dich noch Bock mit Lisa und mir zu treffen heute Nachmittag? Nee. Geht's dir wirklich gut? Ja. Also bist du sicher? Äh, okay, ähm... Also was ist jetzt eigentlich? Geh mal weg bitte. Ich soll jetzt gehen? Ja, ich will dich nicht mehr sehen. Du willst mich nicht mehr sehen? Wieso? Geh einfach. Jürgen. Jürgen. Jo. Ähm, ich begrüße euch zu meinem Mathe-Nachhilfe-Unterricht und habe mir heute überlegt, euch eine etwas kompliziertere Aufgabe zu stellen und dachte mir, wer die lösen kann, braucht nicht nur zu meinem Nachhilfe-Unterricht nicht mehr zu erscheinen, sondern braucht gar nicht mehr in diesem Schuljahr zum Mathe-Kommen. Geht's auch nicht toll? Wer möchte denn gerne mal die Aufgaben lösen? Lisa? Lara? Chris, du hast doch viel geschrieben, dass ich heute überrede. Chris! Alles klar. Chris, dann... Ich muss dich jetzt auf mich drehen. Okay. Ähm... Ja, das... Ähm... Ja, das... Ähm... Ja, das ist eine Lösung. Chris! Chris! Warte mal! Was ist los bei dir, Mann? Nichts. Du warst heute richtig krasse Wartung, man erkannst du das? Ich weiß nicht. Wie weiß nicht? Ich kann's einfach. Hast du noch Kopfschmerzen wegen des Unfallsgesters? Ähm, ne. Ne? Nein. Und wieder zum See? Ne, keine Lust. Wir gehen jeden Tag zusammen ab der Schuhe. Ja, geh mal jetzt. Was? Was soll ich denn gehen, Mann? Mann, bitte. Okay. Dann nicht dran. Hey. Hi. Weißt du, ich komm grad von Chris, ne? Und er meinte irgendwie, wir wollen nicht mehr miteinander reden oder... Keine Ahnung. Er war total seltsam drauf. Ich versteh das gar nicht. Was? Hat er es ernst gemeint? Keine Ahnung. Also er war auf jeden Fall komisch drauf und irgendwie... Ja, seit er den Bayernkopf bekommen hat. Ich versteh das gar nicht. Ja, er ist doch schon so richtig intelligent geworden. Ich versteh das auch nicht. Ich mein, er war ja nicht dumm, aber intelligent ja nun nicht. Hallo. Hi, Mann. Du hast gehört von Chris? Ja, er ist so komisch geworden. Ja. Ich weiß dir. Voll intelligent. Ja, ich mein, voll intelligent. Scheiß mal auf intelligent oder nicht, der ist ein mies komisches drauf einfach. Ja, richtig. Was wollen wir machen? Habt ihr was gehört von ihm? Denkt ihr, das liegt wegen des Unfalls? Ne, er redet überhaupt. Ja, ich glaube voll. Ja, oder? Also, ich weiß auch gar nicht, was mit ihm los ist. Ich kenne ihn 16 Jahre lang, mein ganzes Leben. Auf einmal ist er richtig kalt. Ich glaub, der ist einfach traumatisiert wegen des Unfalls. Ja, aber was sollen wir machen? Vielleicht wüssten wir einfach mal ein bisschen, bis dann wieder den Sommer zeigen. Wieder zeigen, dass es Spaß macht. Das ist eine gute Idee eigentlich. Bis dann! Wo müssen wir uns? Isst doch. Mist, das bringt nichts. Lass mal was anderes probieren. Was machen denn alle die Kamerastar? Ich bin doch ein Kamerastar! Wollen wir wieder zum See gehen? Nein, keine Lust. Wieso nicht, Bruder? Ich will nicht. Willst du vielleicht mit? Komm doch einfach mit! Mensch, Klaupel, da bist du ja! Ich hab das ganze Zeit versucht immer mit Birken anzurufen. Warum bist du denn nicht rangegangen? Ich hab mir Sorgen gemacht. Darf mich doch nicht! Ich wollte dich doch erreichen! Ist mir doch egal! Hey! Geht dich schon so schnell ran? Ja, also... Ja, natürlich. Geht immer ganz schnell ran. Ist doch klar. Hast du vielleicht Zeit oder so? Ich bin hier mit Max am See. Wollt du Mass war? Hast du ein Ball dabei? Ach! Ihr seid ganz in der Nähe! Ach! Ihr habt sogar noch einen Ball dabei! Wow! Zufall! Was für ein Zufall! Ihr habt einen Ball dabei und seid ganz in der Nähe! Nein! Komm doch mal her! Komm doch mal her! Ja, bis denn, ne? Ja, komm doch! Ja, komm doch! Ja, komm doch! Ja, komm doch! Kamera redet dich! Kamera redet dich! Kamera redet dich! Das hört sich leider voll an. Geht's mal los jetzt? Okay, bereit? Ja! Kamera bereit? Ja! Kamera bereit? Schauspieler! Ja! Ja! Schauspieler! Ja! Haha. Okay action! Jay distort Untertitelung. BR 2018